so wir sind jetzt hier bei stuttgart und vor uns steht der tesla von der jana höfner aber es ist ja eigentlich nur ihr zweites e-auto das dritte kommt nämlich jetzt hier gerade vorgefahren da fährt sie schon also irgendwie hat er doch keinen eigenen forttrieb oder aber dafür sind wir heute hier jetzt schauen wir mal genau was da alles so passiert ist sitzen wir doch hier bei stuttgart ich habe mich gerade durch dieses verkehr gewimmelt ja es ist trotzdem einiges los weil es wird viel gebaut es war an der wilhelma da standen sie in die stadt rein und es hat gestunken dort wir sind aus dem osten gekommen irgendwo aus nürnberg aber sitzen wir hier es ist so ein hinterhof atmosphäre es war ein altes werk was schamottöfen hergestellt hat mir der kollege eben gesagt und wir haben ja gerade das haben wir gerade im anfang des videos gesehen wir haben mir den pro w-bus den t3 herausgerollt mit einem ms ja mit einem s und der tesla steht hinten dran und mein wohnmobil ja ich bin heute mit dem wohnmobil unterwegs mit diesel ja daran muss ich noch arbeiten aber da kommen wir später drauf gut ich habe hier meine kleine liste gemacht jana einfach mal als so eine einführung zu machen über was wir heute reden wollen und zwar primär erstmal natürlich über dein projekt den t3 den umbau eines verbrenner eines benzin das war ein benzin ja genau wasserboxer genau dass wir alles rausgeholt haben was schmutz macht und dann alles reinbohren was schön ist und da sind wir gerade mitten im projekt und deshalb sind wir eigentlich heute hier zusammen um das nochmal genau zu erklären also sagen man ist so also ich bin so kurz vor bergfest man sieht er ist er sieht schon wieder ganz schön aus hat wieder seinen kühlergrill mit den original rund leuchten ja da gehen wir nachher nochmal drum herum mit dem video dann können wir das mal ankommen der war ja ziemlich verbastelt gewesen also die karosserie ist jetzt fertig der nack ist fertig sind noch so ein paar kleinigkeiten an ein paar ecken die gemacht werden müssen das schloss von der heckklappe und aber so ist eigentlich jetzt kann es eigentlich dann an den umbau gehen ich möchte aber noch ein bisschen weiter ausholen also ich kenne dich ja eigentlich erst mal nur virtuell also in anführungszeichen von der soe pionierin das ist ein blog und gefühlt warst du für mich so die die erste e-autofahrerin die das auch dokumentiert hat im internet da wollte ich erst mal ein bisschen mehr erfahren dann haben wir uns kennengelernt ich glaube es war dieses jahr das war eine veranstaltung von elektrify bw da war ein vortrag macht mich tot von allem der jetzt haben wir hier einen wunderbaren zug aber voll elektrisch bei einem vortrag kennengelernt und da hattest du noch so eine andeutung auch gemacht ja weil du hast gesehen ich bin wohnmobil da und hast gesagt ah da ist da kommt gleich ein blogbeitrag drüber hab ich gesagt was redet ihr jetzt über wohnmobile und dann kam gleich die woche drauf dann dieses projekt hier ja und dann habe ich noch den podcast abonniert darüber reden wir später auch noch mal ein bisschen zusammen mit chérôme pirounell ja und dann wollte ich noch mal auf aktuelle themen einsteigen und ich nenne das endzeitgebrüll das war auch mein letztes thema beim letzten video und da interessiert mich auch mal deine meinung dazu zu den verbrennern die aufgemotzt werden elektrisch mit lautsprechern im auspuff also beziehungsweise dann mal klappen reinbauen oder so ja ja ich glaube ja und dann hat dann noch einer meiner follower mir noch einen brief geschrieben über den mythbuster und darin steht auch dass ein artikel drin ob tesla ein ökologischer rückschritt sein und da ja die expertin sitzt das leben hier also ich kann es bestimmt auch ein bisschen beantworten aber ich glaube jana macht viel viel besser und deshalb habe ich das eigentlich aufgehoben für jetzt bin ich mal gespannt bin ich auch mal gespannt weil vielleicht können wir sogar ein bisschen diskutieren drüber mal gucken wir mal gut ich habe hier mein handy da stehen so die punkte drauf dass ich nichts vergesst ich bin auch schon über 50 ok reden wir über den t3 oder ja fangen wir damit an ja also ich habe schon mal kurz vorgestellt dass er auf elektrisch umgebohrt werden soll du hattest auch mal ein crowdfunding gemacht das hast du dann leider nicht zu ende geführt erzähl mir das ist es ausgelaufen und hat halt das finanzierungs ziel nicht erreicht und gut dann musste ich mir halt andere dinge überlegen die ich mache also das finanzierungs ziel war vielleicht auch ein bisschen hochgesetzt mit 40.000 euro wobei am ende wahrscheinlich dass der preis sein wird für dieses fahrzeug stecken jetzt schon einige tausend euro drin also das fahrzeug zu kaufen karosserie aufarbeiten und lackierung und so das kostet alles geld und ja also gut bis jetzt habe ich fast alles selbst bezahlt habe aus der familie ein bisschen unterstützung bekommen habe von einem bekannten der durfte da für ein wochenende mit einem tesla fahren es läppert sich so aber es läppert nicht genug es läppert nicht genug jetzt versuche ich halt möglichst viel selbst zu machen auch wahrscheinlich dann am umbau beziehungsweise dann man kennt ja leute die in gewissen gewerken arbeiten die mit metallbau arbeiten die mit holz arbeiten oder man bringt halt schnell was zum schreiner kann man vielleicht noch mal zeigen weil ein paar teile von der innen richtung durch den motorbrand den er hatte beschädigt wurden oder halt einfach verwohnt waren dann redet man zum schreiner und sagt frau mir das bitte nach oder man bringt jetzt die stoßstangen habe ich zum sandstrahler gebracht der geht dann abstrahlt aber man kennt dann halt leute wo man weiß wenn ich jetzt eine teilteil brauche lassen wir mal noch die s-bahn vorbeifahren ja das ist ein guter zug wir fahren jetzt alle hier lang weil bei euch fährt er denn das jetzt dagegen Rastatt achso ja das liegt an Rastatt ja das ist gerade so von uns auf der Wohnung so einen kilometer weg ja aber ist jetzt schon ruhig oder? jetzt ist schon ruhig ja aber wir hören nicht zu glück nicht so sehr also da ist mal ein bisschen was dazwischen also wie gesagt man kennt ja dann leute die wenn man wenn man ein Metallteil braucht das ist jetzt auch hier ganz schön auf dem Gelände weil hier ziemlich viele Gewerke sind dass man sagt so ich brauche ein Metallteil jetzt kannst du mir das irgendwie anfertigen oder kannst du mir das helfen oder zeig mir wie das geht dann mache ich es selber ich habe ja viel selber gemacht jetzt bei der Restoration weil wenn es dann darum ging Bollen zu ziehen oder zu verzinnen das muss natürlich dann eine professionelle Karosseriebauer machen das kannst du gar nicht rechnen dann oder deine Arbeitszeit oder ne die eigene Arbeitszeit mit dem Mindestlohn rechnest du die ab oder? ja steckt dann immer was in die Kasse nein also stecken schon ein paar hundert Stunden Arbeit jetzt drin man unterschätzt das auch leicht weil man sieht den Bus irgendwie und er sah ja eigentlich ganz passabel aus und diese Standardroststellen hat er gehabt und dann fängt man ihn an zu strippen und zu gucken und einer läuft mit dem Hammer rum und hat Leute Löcher rein weil da auch noch Rost ist und dann hier vorne zum Beispiel beim Ausstellfenster das ist ja komplett gestrippt worden fürs Lackieren alles ausgebaut und dann zieht man den Gummi von diesem Rahmen runter und der Rahmen bröselt einem einfach entgegen und es nur noch Flocken und dann so okay gut dann brauche ich halt auch noch einen Fensterrahmen und so läppert sich das dann und das hat neulich gesagt ja im Moment hat er Ikea Syndrom es fehlt immer eine Schraube also man sitzt dann da und die haben jetzt wieder zusammengebaut und dann denke ich ah heute mache ich das und das und dann stehst du da und denkst du ich brauche jetzt aber das Teil noch oder das Teil noch und dann rotiert man so zwischen den Online-Shops für VW-Bus-Ersatzteile hier dem VW-Händler um Originalteile zu besorgen und bei Ebay noch Teile weil die Ersatzteilversorgung ist zwar sehr gut noch für den T3 und auch relativ günstig verglichen mit anderen Oldtimern aber es gibt halt spezielle Teile die gibt es einfach nicht mehr also da muss man dann nachts mit der Strumpfmaske irgendwo abschrauben von einem anderen Boss oder halt bei Ebay also zum Beispiel die Scheinwerfer die sind vom Sportplatz von Ebay aber jetzt kommst du mal irgendwie an so eine Stelle wo du dann keine Originalteile mehr nehmen kannst weil dann wird das ja elektrisch genau dann wird es jetzt schwierig oder? da bist du jetzt gerade an dieser Stelle oder? ich bin jetzt genau an dieser Stelle weil dann ist natürlich die Frage wie macht man das Antriebskonzept? ja bleibt das Getriebe drin? flanscht man quasi den Elektromotor aufs Getriebe? musst du einen Gang festlegen praktisch? ne du kannst dann schalten den Elektromotor aber kannst du schalten oder? das geht auch die meisten die das machen die fahren dann immer im dritten Gang und wenn sie einen Berghof fahren nehmen sie mal den zweiten und wenn sie schnell fahren wollen nehmen sie mal den vierten weil dann der Drehzahlbereich von dem Elektromotor ungefähr gleich ist wie der Drehzahlbereich von dem Benzinmotor man muss dann im Drehmoment aufpassen dass eigentlich das Getriebe zerbröselt und die andere Alternative ist dass man das Getriebe raus nimmt und wie bei modernen Elektrofahrzeugen das ist und den Antriebsstrang direkt auf die Achse setzt also beziehungsweise auf die Antriebswelle das sind jetzt quasi die zwei Optionen es geht jetzt im Moment eher hin Getriebe raus und einen kompletten Antriebsstrang eines Zulieferers zu bekommen da bin ich gerade irgendwie noch am gucken welcher mir denn sowas liefern könnte und da muss man dann halt gucken dass man für den Adapter Teile macht die dann auf den Antriebsstrang die dann in das Reduziergetriebe vom Elektromotor kommen das spart natürlich Gewicht weil ich brauche das mechanische Getriebe nicht mehr ich brauche die Stange nicht mehr die hinter geht habe ich wieder mehr Platz besser besser Platz für die Batterien weil ich keine Aussparung brauche und ist halt einfach medikamechanisch anfällig ich kann den Schaltknüppel vorne ausbauen der jetzt im Moment auch nur noch Attrappe ist weil die Schaltgesteine geht irgendwo noch bis zur noch nicht mal mehr bis zur Mitte irgendwo da vorne hat es auf mit dem Reserverad das ist was jetzt noch drin ist ist quasi der Kühler ist noch drin weil da muss man halt mal schauen je nach Motor der reinkommt und Leistungselektronik reinkommt wenn die Wasser gekühlt werden muss dann muss man schauen braucht man jetzt tatsächlich den großen Kühler der vorne drin ist oder reicht irgendwie dass man hinten einen kleinen Motorradkühler einbaut um die Wärme weg zu kriegen weil dann hat man auch wieder nicht dass die Kabel der Heizungskühler ist noch drin also kriegt er eine Standheizung was mir so einfällt wenn du das so an dem VW-Bus rumbaust ist da nicht irgendjemand schon auf dieser Welt der auch schon mal sowas gemacht hat wo du dich das austauschen könntest so informativ es gibt es gibt ein paar T3 Umbauten auf Elektro die bekanntesten sind wohl die von Designwerk in der Schweiz die mit Prusa Komponenten gearbeitet die hatte ich auch angefragt von der Umrüstung und die haben dann gesagt ja das machen wir gerne aber 100.000 Euro musst du schon rechnen dafür und dann habe ich gesagt naja also für 100.000 Euro kann ich mir einen neuen Tesla kaufen und den drunter schflachsen ja also gut man muss dazu auch sagen in der Schweiz sind natürlich die Arbeitslöhne wesentlich höher und die Prusa Komponenten sind halt auch ziemliche Edel Komponenten ich meine es nicht so die Komponenten sondern so wie du das jetzt gemacht hast so das Bestel selber Hand an selber rum und überlegen nicht in Antrittsfragen machen also einer der das nicht verkauft sondern der das so selber irgendwie zusammengebastelt hat in einem Jahr gibt es ich habe mir auch einen angeguckt in DOKA in Würzburg steht da also DOKA heißt Doppelkabine aus T3 das sind die mit der Britsche und einer Doppelkabine also die haben dann quasi neben der großen Tür vorne hinter der großen Tür nochmal eine kleine Tür das ist aber eine 96 Volt Basis Umbau also was anderes genau der soll auf 400 Volt beziehungsweise mindestens 300 wahrscheinlich 350 mal gucken die Spannungsspanne weil der soll ja schnell ladefähig sein das soll ja ein Reisemobil werden und man kann zwar an jeder Ladestation 8 Stunden schlafen wenn er langsam lädt also im Grunde willst du etwas was noch keiner gemacht hat genau ich will etwas was was so eigentlich noch keiner gemacht hat weil ich habe jetzt einen gefunden am Youtube der heißt Dylan MacGaster und der hatte ein T3 glaube ich war es sogar oder war es ein T2 ein ziemlich altes Modell der hat ein Solardach reingebaut genau weil das auch 96 Volt umbauen und der hat jetzt Bleibatterien drin und halt dieses Solardach dann gibt es in England noch ETAB heißen die die bauen auch T2 um aber halt auch auf 96 oder 144 Volt Basis ok also du bist einfach eine Pionierin wieder so eh diesmal nicht aber T3 Pionierin am Ende wäre ja ideal dass man sagt so habe ich es gemacht und jetzt kannst du es nachbauen also dass man sagt okay die und die Komponenten sind drin ja und die und die Teile habe ich anfertigen lassen jetzt zum Beispiel für die Motoraufhängung wenn man dann einen Motor einbaut braucht braucht er eine Aufhängung dass man das einfach so dokumentiert dass man sagt dann kannst du zum Schlosser gehen kannst du das Teil nachbauen lassen oder dass man Musterteile erstellt dass man quasi zwei Teile macht ein Musterteil und dass man dann sagen kann das kannst du dir nachbauen oder irgendein Umrüster kann das dann nachbauen also du musst ja immer dazu sagen weil die Leute kommen dann ja bist du bescheuert dann kauf dir doch ein ENV 200 und mach eine Campingausstattung da bist du ja viel billiger am Ende das weiß ich noch nicht ob man da unbedingt billiger ist bei einem ENV weil der kostet ja mit Batterie kostet ja auch über 30.000 Euro und dann noch eine Campingausstattung reinbauen und dann fährt der im Winter 70 Kilometer ähm da beißt die Maus halt keinen Faden ab bei dem Auto der hat halt nur eine 24 Kilowattstunden Batterie und steht halt für den Kühlschrank im Wind und na gut der auch aber aber es sieht doch schön aus dabei ja und das ist halt also es kam ja so ich wollte ja schon immer also das war immer so ein Traum von mir ich will einen Wohnwagen oder Wohnmobil hatte auch mal einen LT28 den habe ich dann direkt wieder verkauft das war noch so Verbrenner-Zeiten dann habe ich so kaufst du aber Ebay für 500 Euro so mit Mühe und Not nach Mainz gefahren ist die Karre gerade auseinander gefallen und dann ja also du willst mindestens 200 Kilometer fahren oder? oder noch mehr? genau so 200 Kilometer ich denke mal so 50-60 Kilowattstunden soll die Batterie am Ende haben wird natürlich dann auch der größte Kosten dann ist die Frage ob ich dann nochmal irgendwie Crowdfunding starte im Moment versuche ich ein bisschen mit Sponsoring dass ich direkt auf Unternehmen zugehe und sage hier ist dieses Projekt habt ihr nicht Lust mitzumachen mitzumachen, Komponenten zu stellen dafür kriegt ihr einen schönen Aufkleberaufsack powered by und wie gesagt mit einem bin ich gerade im Gespräch und bei einem hat es schon geklappt das ist die Firma Phoenix Contact die hatten ja schon ein CCS Inlet verkabelt sehr schön weil der soll ja schnell ladefähig sein also braucht ein CCS Inlet genau 29 sind die 2,9 das ist gerade die Woche gekommen dafür können die dann halt einen schönen Aufkleber hinten drauf und Bilder haben dann ja auch was davon das kostet was oder? was ist das wert? das kann ich dir gar nicht sagen ich habe gar nicht nach Preis geguckt aber es ist jetzt nichts was man bei Conrad für 200 Euro bestellen kann wenn man überhaupt bestellen kann Spezialsachen die wir da brauchen genau es sind halt viele viele Teile die man als Konsumer gar nicht kriegt weil es halt Zulieferer ja alles ja nur Business to Business läuft ich habe ja jetzt nicht irgendwie eine Firma aufgemacht T3 Umbauten sondern ich mache das ja alles als Privatperson genau du arbeitest ja Vollzeit ja Vollzeit 8 Stunden am Tag mindestens mindestens und ich habe ja noch einen zweiten Job auch noch irgendjemand muss es ja bezahlen ja also wir versuchen das Projekt so gut wie möglich zu umschreiben oder beschreiben und dass wir vielleicht jetzt über diese Plattform hier bei Youtube nochmal vielleicht ein paar Leute finden die dich da unterstützen können einmal durch Know How oder auch durch Sponsoring dass sie vielleicht Komponenten anbieten wollen oder wissen jemanden der Komponenten anbietet die da rein passen können und dann später geht es um die Batterie praktisch ja genau dann brauchen wir natürlich auch nochmal Crowdfunding ja genau Batterie ist halt natürlich dann der Kostenposten wobei man natürlich jetzt also ich glaube jetzt nicht dass ich für die Kilowattstunde am Ende 500 Euro zahle was man jetzt also wenn man jetzt irgendwo anruft Hallo Batterie Müller ich brauche eine Kilowattstunde die Zitronenbatterie dann kostet das 500 Euro das hoffe ich schon mal nicht dass das sein wird weil man dann irgendwie dann guckt dass man doch direkt an Einkäufer drankommt oder an Direktimporteur dass es deutlich günstiger ist wir wissen ja die Batteriepreise sind deutlich günstiger Entschuldigung und ähm genau was jetzt noch fehlt oder was sich hoffentlich bald klärt ist der Antriebsstrang und wenn das alles klappt ist der Antriebsstrang komplett also vom Gasbedarf bis auf die Achse und dann das Ladegerät und da liebäugel ich ein bisschen mit dem Ladegerät von dem Sonosion der jetzt vorgestellt wurde das Solarauto das wir die Bahn wirklich haben weil der nämlich genau das hat was ich brauche der hat ein CCS ist CCS ladefähig der Sion ist der mit dem Solar genau das ist der mit dem Solar der ist CCS ladefähig der hat ein 11 kW AC Lader und kann 2,7 kW Rückspeisen Wechselstrom und das ist natürlich für ein Wohnmobil 2,7 kW Rückspeisung ist natürlich super dann läuft alles fahre ich in den Garten und dann schließe ich meine Lichterkette am Bus auf ich habe auch ein 2000 Wechselrichter drin 2000 Watt funktioniert Kaffeemaschine alles ja eben und ich glaube mit der Batterie die geplant ist kann man langen Kaffee kochen bevor die Batterie her ist cool das ist dann jemand der das dann einbaut und dann machst du auch den öffentlich und vielleicht kann er dann seine Ideen weiter verkaufen genau also ich muss jetzt halt rausfinden wer der Zulieferer ist weil Sonosion ja eigentlich kaum was selbst entwickelt die kaufen ja alles zu dadurch schaffen die auch die Preise ich habe schon mit denen gesprochen und jetzt sind die gerade im Stress weil sie ja gerade ihre Werbetour haben wenn die da mal ein bisschen ruhiger sind dann werde ich die nochmal ansprechen dass man dann halt weiß wer der Zulieferer ist man hat zwar so Vermutungen aber das muss ja nicht unbedingt stimmen und dass man dann auf den Zulieferer geht und sagt da kannst du dein Ladegerät quasi schon mal vorab testen bau dir einen Tracker ein einen Datentracker der zu dir heimtelefoniert und die Performance von deinem Ladegerät irgendwie dokumentiert ich hatte ja auch ich weiß nicht ob sie das ich glaube die haben sich mit dir auch verbunden das sind die der Erik Werkmeister und dieser blinde Georg André Georg der hat sein komplettes Haus unter Solar gestellt ja ja das habe ich ihnen hier erfolgeartig gesehen er hat diese Batterie auch da und speichert seinen eigenen Strom und die haben ein Tier 1 drin stehen ich habe auch ein paar Fragen gehabt und habe gesagt komm ruf dir mal die Jana an ich glaube das hat er auch gemacht oder? ne noch nicht? ne also da musst du nur dann wollen wir nochmal noch ein bisschen ausholen nach hinten wenn du gestattest also ich interessiere mich immer so ein bisschen auch über die Person die hinter solchen Sachen steckt vor allem wenn du das so wie jetzt du Jana das mit so einer Energie machst also wenn ich deine Texte lese die haben ja wirklich Hand und Fuß von vorne bis hinten und die sind auch wirklich auch komplex aufgebaut denn letzte habe ich jetzt gerade angeschaut in der Mittagspause mit den zahlreichen Grafiken zum Umweltbonus zum Umweltbonus wirklich mit viel Detailliebe und auch Liebe zur Ehrlichkeit hast du das alles und die Artikel sind alle so also guckt mal wenn ihr euch da ein bisschen einlesen wollt soepioniering.de da gibt es vieles von dir und da habe ich dich auch als erstes Mal getroffen weil ich ja so angefangen habe mit Elektromobil ich bin ja praktisch Youngster du bist ja obwohl jetzt naja 2013 es gibt ja schon Leute die fahren schon seit den 90ern elektrisch echt? ja aber die sind nicht im YouTube oder ne die sind im L-Web naja gut aber mein kleiner bescheiden Horizont geht halt eben nur bis 2013 ja da habe ich halt eben mal angefangen und dann bist du da gewesen und irgendwie hat mich das fasziniert ja was ist dein Hintergrund was treibt dich da an in diesem Bereich so so Gas zu geben also das war irgendwann habe ich also ich fahre halt gerne Auto und ich habe so ein Geburtsfehler ich werde nicht müde vom Auto fahren also werde irgendwann schon mal müde vom Auto fahren aber es ist also ich kann wir waren in Amerika in Urlaub mit Freunden und sind von L.A. nach New Jersey gefahren und ich habe halt immer gesagt wenn ihr fahren wollt dann müsst ihr mir vor hinten einen Knüppel über den Kopf ziehen und mich vom Fahrradsitz ziehen weil ich fahre halt einfach ich fahre es gerne ja ich fahre halt gerne Auto aber ich fahre auch gerne Fahrrad und ich gehe halt auch gerne zu Fuß und dann weiß ich halt was Autofahren bedeutet für die Leute die nicht im Auto sitzen also Stichwort Lärm Stichwort Abgase weil man weiß ja auch wo das Öl her kommt und was das für Folgen hat Klimawandel all diese ganzen Stichwörter also habe ich gesagt ich will elektrisch fahren und der erste Hersteller der kommt und mir ein Elektroauto hinstellt das ich erstens bezahlen kann und zweitens dass das meinen Anforderungen entspricht weil ich ja regelmäßig von Stuttgart nach Mainz pendel es muss also eine gewisse Reisweite haben oder Schnellladefähig sein damals die Schnellladefähigkeit bei 22 kW AC und das war halt Renault mit dem Zoe und ich hatte mich halt vorher versucht im Internet zu informieren Elektromobilität was gibt es denn da wie funktioniert das denn und dann habe ich dann halt so diese Standardberichte die ja heute auch immer erscheinen gefunden von wegen ja es ist teuer es macht keinen Spaß kaum wie zum Laden und so also dieses wenn Leute die keine Ahnung haben irgendwie über Sachen schreiben von denen sie nichts wissen dann habe ich gesagt gut dann muss ich halt irgendwie selber drüber schreiben und habe halt mein Studium im journalistischen Hintergrund und habe das dann quasi auch gelernt zu schreiben Aha ja also Deutsch 4 ja ja kommst du Leipzig Deutsch auch eine 5 das hat sich ja später herauskristallisiert dass ich doch lesen und schreiben kann und ich habe so ein paar Abonnenten die schreiben mir dann ab und zu mal Texte sagen sag mal was hast du denn da wieder gesagt ja das ist kein Deutsch was redest du denn da ja und da schreibe ich als Zurücksuchrichter da ist ein Rechtschreibfeder drin ich kümmere mich da nicht drum okay und dann habe ich halt gesagt na gut es fehlt auch irgendwie sowas wo man erfährt wie ist das denn wenn ich jetzt sage okay Verbrenner AD ich will jetzt ein Elektroauto was begegnen einem für Hindernisse wo sind die Hürden etc. pp. und dann habe ich gesagt gut dann schreibe ich das halt auf ich habe vorher auch schon andere Webprojekte die ich irgendwann wieder eingestellt hatte ich habe ja dann bei Blogspot damals noch oder Blog irgendwas Blogger dieses Google Ding kostet ja nichts dann habe ich halt einfach mal angefangen zu schreiben und dann lief das irgendwann dann habe ich irgendwann mal nachts vorm Computer gesessen und habe gedacht na jetzt müssen wir mal eine Domain überlegen und dann kam ich auf diesen kreativen, nicht kreativen Namen Zoolpionierin habe den registriert und hat dann den Blog umgezogen auf dem Wordpress und los ging es los ging es und bevor ich mir irgendwie einen gescheiteren Namen hätte überlegen können war es dann halt auch irgendwie schon entabliert ein Twitter-Account und so und so ging das dann halt los und dann halt über die Erfahrung geschrieben die ersten Reisen mit dem Elektroauto die Hürden, die Hindernisse und dann kam ich irgendwann an den Punkt wo ich gesagt habe ich kann jetzt nicht schon wieder ich bin mit dem Elektroauto von Muschulka nach Mainz gefahren das ist ja dann auch irgendwann langweilig und dann habe ich gesagt ne Newsbock will ich nicht machen weil da gibt es genug inzwischen also elective.net oder ecomento.tv das muss ich auch nicht machen das schaffe ich es auch zeitlich nicht da immer up to date zu sein also muss ich irgendwie ein eigenes Format finden dann habe ich gedacht gut dann Autotests werden ja auch mal was also jetzt mal so dass jemand Elektroautos testet der von Elektroautos ein bisschen Ahnung hat und schon mal weiß so wo der Strom reinkommt und wenn ich unterwegs bin was für Ladekarten ich mitnehmen muss damit der ganze Testbericht nicht nur voll ist ich hatte keine Ladekarte dabei ich wusste nicht wo ich das Kabel reinstecke soll mal vorkommen solche Testberichte solche Testberichte kommen ja vor dann habe ich gedacht naja gut ist vielleicht ganz gut wenn mal jemand und sich dann auf die wesentlichen Dinge des Fahrzeugs konzentriert und einfach sagt was an dem elektrischen Fahrzeugkonzept gut oder schlecht ist ja oder ein Fahrzeug an sich gut oder schlecht ist dann habe ich halt Hersteller angeschrieben das hat bei manchen besser geklappt manche haben gar nicht geantwortet bei Deinler stehe ich glaube ich auf irgendeiner Blacklist da verschwindet immer alles was ich hinschreibe ja selbst wenn dann irgendwie jemand sagt ich kenne da jemand schreib den mal an und dann baut sich so kurz was auf und dann tipp kommentarlos beendet die weiß ich nicht was ich wollte naja was ich schon angetan habe ist mir dann auch egal ich meine muss sie ja nicht zu mir anfragen und dann habe ich halt ein bisschen getestet ist auch immer ganz schön wenn man irgendwie mal ein anderes Auto fahren kann und die haben sich dann immer gefreut wenn sie ein Auto mit ein paar tausend Kilometer mehr zurückbekommen haben also du fährst ja gerne ne ja und ich meine es bringt ja nichts dann irgendwie das Auto zwei Wochen zu haben und dann morgens fünf Kilometer zur Arbeit zu fahren abends wieder heim dann brauche ich ja nicht anfangen ich schreibe auch keine Testberichte über Autos die ich mal einen vierten Stunde um den Block gefahren habe also eine Woche braucht man mindestens so ein Auto um irgendwie ein Gefühl zu bekommen und auch so Dinge die einem zum Beispiel wenn man ein neues Auto einsteigt das sieht dann erstmal alles anders und die Knöpfe sind woanders und die Funktionen sind woanders das nervt ja erstmal ne wir sind ja erstmal angefressen von dem Auto weil das nicht so tut wie es tun soll oder wie man es gewohnt ist dass es tun soll und wenn man eine Weile mit dem Auto unterwegs ist dann kommt man dann ja auch wieder rein in die andere Bedienung und so und dann kann man das so ein bisschen ausblenden und kann sagen da kann objektiver rangehen und kann sagen was am Bedienkonzept gut oder schlecht ist weil es bleiben ja immer noch irgendwelche Dinge da ist ja auch Tesla nicht von befreit wo man sagt also ja also da fällt einem dann tatsächlich nichts mehr ein also ich bin neulich die B-Klasse gefahren und gut die bin ich jetzt nur 2 Stunden lang gefahren aber das hat schon gereicht das jetzt liegt das dann das funktioniert nicht nein du hast ja in deinem Podcast auch schon mal gesagt dass die B-Klasse auch nicht da bin ich sie aber noch nie gefahren jetzt bin ich sie mal gefahren und hat sich alles bestätigt also vielleicht bin ich nicht zu viel Vorurteil in das Auto eingestiegen aber es war einfach die Hölle war einfach die Hölle das Auto also furchtbar vielleicht sind wir ein bisschen abgedriftet jetzt aber vielleicht ist es ein guter ein guter Einstieg mal ganz kurz dich abzufragen also wenn ich mir jetzt ein E-Auto kaufen möchte als Einsteiger oder als zweites E-Auto vielleicht sogar ja meine Frau möchte jetzt auch elektronisch fahren was ist so das Beste am Markt gerade ist immer noch die Zoe oder ist jetzt der E-Golf jetzt mal also im Moment ist die Benchmark der Hyundai Ioniq aber ein großes Auto also auch der ist auch nicht größer als der Golf echt nicht? ne oh der kommt mehr größer von der ist vielleicht ein bisschen länger weil er ja ein Stufenheck hat aber innen ist der ist er glaube ich nicht größer als der Golf also gucken wir uns den auch nochmal an also den müssen wir uns auf jeden Fall angucken es kommt natürlich so pauschal es ist immer schwer zu sagen es gibt Leute die sich die B-Klasse gekauft haben und die lassen nichts auf dieses Auto kommen weil der Mercedes Fahrer sind ja so eigenes Leute ja ja nicht deswegen sondern weil das Auto einfach für sie passt die haben ein Use Case für dieses Fahrzeug da passt es wunderbar rein die wollen nicht weit fahren die fahren gerne 50 km um ihr Haus drumherum optimal sage ich auch keinem was also wenn jemand sagt also das ist ja meine persönliche Meinung dass die B-Klasse ein Klump ist ja wenn jemand anderes sagt ne B-Klasse ist kein Klump weil für mich passt die aus dem und dem Gründen dann liegt das ja nicht an mir zu sagen ne das stimmt nicht weil ich weiß ja nicht genau aber was man natürlich sagen kann ist der Hyundai ist im Moment deswegen die Benchmark weil er von der Ladetechnik sehr gut ist also was Schnellladen angeht AC laden ist nicht so gut also so ein Hasenfuß bei dem Fahrzeug weil der nur einfahrsig mit 6,6 kann aber er hat CCS und dieses CCS kann schon heute bis 70 Kilowatt laden das ist gut und selbst wenn man 50 Kilowatt lädt das geht so ratzeputze schnell weil der ja nur eine 28 Kilowattstunden Batterie hat und das ist ja auch ein bisschen das Lustige an dem Auto als Hyundai den angekündigt hat und gesagt hat Hyundai Ioniq 28 Kilowattstunden da lag ja irgendwie das ganz kurige Elektrik vor rum lag lachend auf dem Boden genau hier kommt der nirgendwo hin genau so von wegen 2013 angerufen ich möchte ein Elektroauto zurück und dann kam dieses Auto raus und jetzt ist so jetzt ruppen sie alle auf Knien zum Hyundai Händler weil dieses Fahrzeug ist so extrem sparsam ich bin den ja gefahren für ZDF ISO war ich ja in Erfurt mit dem Fahrzeug also wir sind von Stuttgart nach Erfurt und zurück gefahren und auf der Autobahn 120 Tempomat gefahren und ging eigentlich wir sind ja so durchgekommen auch mal schneller gefahren und dann ist es bei 13,5 Kilowattstunden Verbrauch gewesen also das ist da ist der Tesla bei 200 oder bei 20 ne? bei 120 ist er eher so bei 17,18 17,18 ok ok also er ist sehr viel effektiver er ist sehr viel effizienter klar er ist natürlich leichter aber er ist auch sehr viel effizienter als der Renault Zoe er ist effizienter als der BMW i3 er ist effizienter als der Golf also es gibt kein Fahrzeug was so effizient im Moment ist wie der Ioniq ist das nicht die gleiche Technik die auch im Soul e.V. drin ist? weil das ist ja der gleiche Konzerne ich glaube es ist nochmal ein bisschen die haben wir haben weil die haben ja keinen CCS der Soul der Soul hat Chatemo und was ich so für Lautbahn haben die beim Ioniq noch ein bisschen was an den Werther gemacht in der Leistungselektronik da ist noch ein bisschen was anderes drin da ist noch ein bisschen was anderes drin und der Soul muss man auch gucken der hat einen ganz anderen CW-Widerstand klar der steht ja so wie der Schrankwand da so wie der VW-Bus ja nicht ganz so schlimm aber fast aber fast also den Soul hatte ich ja gehabt den bin ich so bei ich glaube 17 Kilowattstunden gefahren also zwischen 14 und 17 das ist ein Favorit bis jetzt erstmal jetzt sind wir den E-Golf gefahren und der muss sagen also mit dem neuen Akku 36 Kilowattstunden glaube ich ja 35 irgendwas sowas 200 Kilometer real ja und das ist halt das Schöne der Ioniq schafft halt mit dem 28 Kilowattstunden 200 auch real ja und den CCS-Kanal und Golf auch aber nur mit 40 genau nur mit 40 also ich habe gestern ein Bild gesehen von Stefan Koh wenn den jemand kennt aus Österreich aus Österreich der ja auch jetzt ein begeisterter Ioniq-Fahrer ist der hat durchgepostet die Ladezeit die haben von 0 auf oder die haben bei beiden in 40 Minuten geladen oder ne 30 30 Minuten haben die bei beiden geladen der Ioniq war bei 91% und der Golf war irgendwo bei 56% und hat uns hin mit 30 kW geladen und der Ioniq mit über 40 kW also weil der sehr lange mit den 50 kW laden kann und das ist ziemlich am Ende abflach von der Ladekurve das war auch bei der Fahrt nach Erfurt das war wir werden also nie wird gebraucht bis wir in Erfurt fahren aber das lag natürlich daran dass hier nochmal langfahren da nochmal langfahren hier nochmal mit der Drohne drüber ne und da nochmal hinterher hier nochmal im Auto also bis der die Kamera ausgepackt hat hätten wir schon weiterfahren können weil das Auto schon wieder voll das geht echt brak also man kann uns dieses Video angucken noch in der Mediathek bei ZDF genau mal gucken wenn wir online gehen mit dem Video hier kommt auf die Schneidarbeit an vielleicht schaffe ich es noch am Wochenende dann sind wir relativ aktuell und die Videos sind ja recht lange noch in der Mediathek meistens ja sowieso die sind relativ lange also schaut es euch mal an verlinken kann man es glaube ich nicht oder? das kann man verlinken versuchen wir es mal cool wo sind wir denn jetzt abgetrifftet hier? so wie Pionierin war man noch genau genau ja was denn als nächstes dann also du hast ja dann ich habe den Artikel dann von dir gelesen wo du auf einmal Tesla hattest und du geschrieben hast in deinem Artikel ich heiße trotzdem noch so wie Pionierin weil der Name ist so geil und ich bin so etabliert und ich heiße jetzt nicht Tesla irgendwas ja ich meine du kannst ja Coca Cola nicht also das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffener Vergleich aber nein es ist ja in der Szene es ist ja schon etablierter Name ja es gibt halt Menschen denen der was sagt und wenn ich jetzt auf einmal irgendwie Tesla Jana heiße genau da habe ich nämlich abgewartet weil ich gesagt wenn die jetzt sich Tesla Jana nennt dann heiße ich nicht Tesla Markus nee weil ich kann ja nicht doppelt ja da habe ich abgewartet wie du wirst ja weil dann gibt es Tesla Jana genau und deswegen war ja die erste Amtshandlung in diesem Fahrzeug bei der Übergabe das Fahrzeug in Zoe umzubenennen genau und damit passt es ja und das ist halt historisch gewachsen und deswegen und dann habe ich meinen Blog gemacht mit teslamarkus.de ja und habe festgestellt das Schreiben das ist echt so viel Arbeit ja ja man unterschätzt das also ich mache jetzt mehr die Videos ja also Schreiben ist nochmal ist nochmal was ganz anderes weil wenn 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 jetzt belegt so ein Artikel zu schreiben das ist halt dann doch mal irgendwie acht Stunden Arbeit ja vor allem wenn es halt den Fluss hat ja also zum Beispiel Umweltbonusartikel das waren jetzt zwei drei Tage Arbeit glaub ich dir gewesen also wenn man alles zusammenrechnet war es über noch mehr jeden Monat die Daten zusammensammeln weil das BAFA liefert ja die Tabellen nicht maschinenlesbar sondern als PDF also sitzt man irgendwie da und hat rechts auf dem Bildschirm das PDF und legt es auf dem Bildschirm die Excel und dann hat doch gleich einer einen Kommentar geschrieben ja ich kann der in den Tabellen gar nicht sehen oder? dann hast du sie irgendwie oben wieder reingemacht oder? irgendwas ne der hat einfach nicht gecheckt dass man das hier schreiben kann genau ne also die Tabelle leite ich natürlich nicht ins Internet hoch weil da steckt ja natürlich Arbeit drin also wenn sie jemand haben möchte für bestimmte Zwecke kann man darüber reden sich zur Verfügung zu stellen aber ähm ich führe ja dann auch Statistiken über das KWA also was die ganzen monatlichen Zulassungen und so genau das höre ich auch immer in dem Podcast ja aber da kommen wir gleich dazu jetzt wollte ich nochmal kurz das CO Pionierung abschließen Tesla jetzt was ist das nächste Auto hast du dann irgendwie schon Ideen oder ist bei Tesla irgendwas was dir was dir zusagen würde ich würde gerne noch auf ein Ding kommen aber vielleicht sagst du es gerade also ich habe ich habe eine Reservierung für ein Model 3 ok ne ich weiß nicht also ich fände es schon mal wieder schön mal so eine Parklücke rein zu fahren einfach um ein Parkhaus und so also auch vorwärts in ein Parkhaus also neulich bin ich rückwärts in ein Parkhaus hochgefahren weil davor jetzt die Rampe nicht hochgepasst hat also es war so eng gebaut dass es halt vorwärts nicht ging und dann bin ich halt rückwärts in das Parkhaus und rückwärts aus dem Parkhaus raus da hat es bestimmt sehr lustig ausgesehen ähm aber auf der anderen Seite ich bin da echt konservativ was das Interieur im Fahrzeug angeht also ich will halt ein Display hinter meinem Lenkrad haben ok aber vielleicht ja vielleicht wenn du es dann siehst und dann mal gefahren bist ist dann vielleicht doch toll ja genau abwarten man muss es mal ausprobieren ich meine jetzt frisst er mir ja gerade die Haare vor dem Kopf ja es sind noch ein paar da es sind noch ein paar da es sind noch ein paar da ich muss mich noch nicht von Kartoffelnetzen ernähren ich habe noch ein paar Schall übrig also das geht noch aber es ist halt jetzt kein neues Auto drin im Moment ja bevor ich auf diese verrückte Idee kam mir einen VW-Bus zu kaufen und auf Elektrom zu rüsten habe ich kurz darüber erlegt ob ich das Model S aktualisiere also da war ja noch nicht mal ein Jahr alt also da hatte ich ja noch nicht mal ein Jahr aber dann gab es halt viele andere Sachen und so hast du noch das Facelift? nein das ist kein Facelift also 2021, 2016 ist es ich habe den bekommen das war ja ein Vorführer habe den bekommen am 1. April und zwei Wochen später kam das Facelift gehen wir gleich auch nochmal drum herum ja ja ich habe gedacht wir reden mal ganz kurz über diesen Semi-Truck heißt das doch oder? das ist doch das Event im September bei Tesla ja der Semi-Truck wäre das denn nicht irgendwas so? naja Semi-Truck heißt ja ein Semi-Truck heißt ja eine Zugmaschine ok also das Semi steht ja für quasi Halb-Truck also der vordere Teil das ist eine eine Zugmaschine für einen Sattelauf-Sattel meinst du sowas ist das? ich habe gehofft das ist sowas bei uns diese 3,5 Tonnen Klasse ne 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 Semi-Truck ist Zugmaschine für Sattelschlepper also ein richtig großes Teil richtig ich kann jetzt kein Wohnmobil drauf bauen oder so also du könntest dir quasi einen Sattelzug Auflieger kaufen oder könntest du dir eine Wohnung reinbauen das wäre die Idee das wäre für das Portemonnaie ziemlich anstrengend das ist wahrscheinlich für das Portemonnaie sehr anstrengend und auch ich glaube auf dem Campingplatz hast du da keine Freunde wenn du den Rasenblatt fährst mit dem Teil ne ok dann lassen wir das Thema mal weg schade ich bin gespannt was er kann und wie er aussieht und wie die da also heute stand ja irgendwie bei Electric 1000kWh Akku oder sowas wäre nicht schlecht ja 200-300 Meilen soll die Karre fahren und dann denke ich mir naja also wenn das so ein 40 Tonner ist in den USA haben die ja noch höhere Gewichte die die fahren dürfen und noch größere Längen da muss das schon eine große Batterie sein und wie die das dann lösen also darf man gespannt sein wir werden schon irgendwas spannendes präsentieren gut ok dann ist nach dem Tesla das Model 3 muss man mal gucken bei dir genau also das Ziel ist wenn das dann klappt was wir natürlich hoffen davon ausgehen auch also das zeitliche Ziel ist spätestens im Juni zur Wave äh nicht zur Wave doch zur Wave in der Schweiz dass er da fertig ist dass er da mit fahren kann wäre toll ja cool jetzt würde ich gerne nochmal kurz über den Podcast reden ich hab den ja immer weiß nicht ob du das mitbekommen hast bei meinen Videos oder Jerome auf jeden Fall ich hab den ja immer drin immer wenn der was Neues macht ja warte jetzt faul gell irgendwie nee der Jerome bei Moulard der Hund ja der war in Paris in Paris in Berlin dann hat er noch eine Kreuzfahrt gemacht das ist doch so ein Französisch ist das irgendwie gell äh ja das hat Französisch er kann sogar Französisch er kann sogar Französisch er kann sogar Französisch im Gegensatz zu mir mit dem machst du diesen Podcast und wie ich hab ja auch also ich war ich hab einen meiner Vlogs gedreht und ich bin nach Holland und hab darüber philosophiert wie ich jetzt einen Podcast starte ich hab diesen Vlog nie online gestellt dann kam ihr mit eurem Podcast raus genau und die erste Sender und die ersten zwei Sender die waren so genial gut da hab ich gesagt warum soll ich jetzt noch einen Podcast machen wenn ihr draußen seid ja genau dann gibt es ja auch noch Clean Electric die Clean Electric die beiden Jungs drei sind es ja jetzt der Jakob ist ja dazu gekommen also drei sind es also die Podcastwelt ist abgegrast und äh ich glaube ja ich glaub wir sind uns ja auch noch so ein bisschen am finden ja ähm also Clean Electric macht ja gerne diese Marathon-Postcasts so zwei, drei Stunden ja ähm haben wir am Anfang waren wir auch sehr lang und haben dann gesagt wir müssen gucken dass wir auf eine Stunde runter kommen dass die Leute das auch noch ähm gucken können äh sich anhören können ähm und wir nicht zu viel ins Erzählen und Labern kommen und jetzt sind wir gerade dabei so ein bisschen überlegen wie wir da ein bisschen mehr Konzept reinbringen wie wir das ein bisschen runter machen die Sendung ne das alles ein bisschen geplant ist wenn man vielleicht weniger Themen nimmt und vielleicht ein bisschen intensiv über die Themen spricht und auch ein bisschen mehr diskutiert und streitet also wir hatten ja die eine Folge wo es so Fahrverbote gibt wo Jerome und ich uns ja am Ende fast angebrüllt haben über Skype ähm das kam sehr gut an also da haben wir sehr gutes Feedback bekommen Kontrovers ist oft interessant ja weil die Leute natürlich gesagt haben das bringt ja nichts wenn jeder eine Stunde zusammensitzt und ja ja genau super äh das ist ja langweilig und es ist natürlich schwer dann auch Themen zu finden wo man jetzt kontrovers diskutieren kann und jetzt irgendwie das zu konstruieren wie ein Debattierclub und sagt du bist jetzt dagegen ich bin jetzt dafür und man spritt jetzt die Meinung ja das kommt raus man müsste es natürlich transparent machen und sagen okay einer nimmt halt die Position ein der andere im Tipo sitzt auf einer aber dann ist es natürlich ähm dann muss man das natürlich auch können ne also da muss man dann auch geliefter Departierer oder Departiererin sein um das dann auch gut rüber zu bringen dass die Leute einen dann auch äh also dass die Leute wissen dass es nicht die nicht wirklich die Position ist aber dass man sagt okay ich argumentiere jetzt halt dafür ähm und da sind wir jetzt grad ein bisschen am Plan und hoffen dass das in der nächsten Folge vielleicht schon nur ein bisschen mehr dass das alles ein bisschen runder ist und dass es nicht rund ist in deinem Gefühl liegt es daran dass du Kommentare dazu bekommst oder ist es dein eigenes Gefühl ne es ist einfach mein eigenes Gefühl also mir fehlt so ein bisschen die Struktur in der Sendung ja ich habe es ich bin jetzt ich bin bei Podcasts ganz schlecht ich weiß gar nicht wie ich kommentieren kann und wo und ob ich was lesen kann also du kannst bei uns auf der Webseite kommentieren du kannst bei Facebook einfach unterschreiben du kannst bei Twitter du kannst bei Twitter also ich weiß nicht was die allgemeine Meinung ist neben meiner Meinung meine Meinung ist ja eine Himmel hoch jauchzend hab dir grad festgestellt ja aber es gibt ja bestimmt auch kritische Meinungen ne ja also wir hatten viel Ärger bekommen als wir den iMeef abgezogen haben und über die B-Klasse dann haben wir auch richtig Studio bekommen ähm haben wir es ja dann auch in der letzten Folge die ausgestrahlt wurde haben wir das ja auch hochgeladen heißt es ja heute ähm haben wir das ja dann auch nochmal wieder ein bisschen grad gezogen dass wir per se nichts gegen den iMeef hatten sondern dass wir einfach sagen das Auto ist halt einfach zu alt ja das braucht man irgendwie bisschen auffrischen brauchen wir ein bisschen auffrischen das hatte ich ja auch in meinem Blog geschrieben als ich den getestet habe also Zeit für ein Facelift und das ist jetzt auch schon über zwei Jahre zwei Jahre her und da ist es also Dodo kriegen wir halt immer also Ärger kriegen wir halt immer wenn der einzelne Fahrzeug angreift weil dann kommen natürlich die Fahrerinnen und Fahrer und sagen ja aber mein Auto ist gar nicht so scheiße wie ihr sagt so ja aber das ist halt auch bei den Elektroautofahrern ähm man kennt das also wer das Cooling Electric Forum kennt und als dann der E-Golf kam ähm und sich dann die Zoe-Fahrer irgendwann nur noch mit den E-Golf-Fahrern gestritten haben und die E-Golf-Fahrer dann irgendwann ausgezogen sind und ein Eingangsforum gegründet haben ähm das kristallisiert sich jetzt auch so der Elektrofahrer sieht ein bisschen aus wie ist das völlig Bumpe was jemand fährt also wenn der mit dem Auto glücklich ist dann soll er doch mit dem Auto fahren wenn es elektrisch fährt das ist also ich weiß nicht ob das nur in Deutschland ist aber wir kommen das immer sehr emotional vor dieses Autothema bei den Leuten es ist auch emotional super emotional es ist wahnsinnig dass da Leute so Emotionen rein knüpfen in so ein Stück Blech da ja ja aber man merkt das ja auch wenn jetzt zum Beispiel dieser Wieso Beitrag ähm sind wir natürlich nicht durchs Land gefahren und haben gesagt hey alles super alles toll hey 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 ähm sondern ich habe schon darauf geachtet dass man die Punkte anspricht die tatsächlich ein Problem sind Abrechnung Zuverslässigkeit der Infrastruktur also wenn man jetzt kein Tesla hat womit man wirklich mit kämpft ja also wenn wenn ein Ionic aufladen irgendwie zu 15-20 Euro kostet dann läuft irgendwas falsch ähm wenn wenn die Ladesäule nicht richtig funktionieren wenn sie nicht richtig beschildert sind ähm oder zum Beispiel dass das das an ein paar Rasthöfen in Baden-Württemberg da steht halt die Ladesäule irgendwo auf dem Lkw-Parkplatz ja und ist nicht richtig beleuchtet und dann steht man da irgendwie nachts zwischen Lkws was jetzt jetzt auch nicht so das Sicherheitsgefühl vermittelt ähm da gab es natürlich auch Leute die dann gesagt haben oh das ist scheiß Beitrag und warum sind wir so kritisch und warum kommt da nicht Tesla drin vor und so ja weil es halt halt es ging halt nicht um das es ging halt um ein Mittelklasse Fahrzeug was sich ähm vielleicht auch eine Familie leisten kann ja und nicht nur irgendwelche äh wirren Singles wenn es die mit zwei Jobs sich das Auto finanzieren oder Leute denen ihre finanzielle Lebensplanung abgeschlossen ist oder das war ein schöner Ausdruck finanzielle Lebensplanung ist abgeschlossen das ist bei mir nicht der Fall ich gehe arbeiten für mein Glück du warst der Erste ne ich bin der Erste Frage genau du machst das ja mit dem Chirom Ponell haben wir vorhin schon mal gesagt ja und der Chirom hat mich auch schon angeschrieben vor zwei Tagen oder war es gestern sogar hat gesagt Mensch machen wir doch mal ein Interview zusammen ich brauche unbedingt noch ein bisschen Werbung für den E-Mobilitätstag in Horb am 9. September am 9. September Horb am Neckar sehr schöne Stadt genau war ich gerade erst wir werden uns auf jeden Fall treffen weil ich komme auf jeden Fall habe mich auch angemeldet online und ja will auf jeden Fall den Chirom nochmal genauer kennenlernen wir haben uns auch schon mal kennengelernt bei einer Veranstaltung von Electrify genau und dann die Clean Electric Jungs kommen auch da können wir vielleicht dann irgendwie noch so ja sehr schön also ich bin auf jeden Fall da vielleicht zieht das auch ein bisschen es haben schon ein paar Leute gesagt wenn ich komme dann kommen sie auch also ja je mehr desto besser und er möchte es zum richtigen Event ausbauen und ich glaube ja das wäre super wenn das klappen würde ja ich hoffe so viele Autos passen am Ende nach Horb ja ich gebe noch eine E-Mail Adresse das ist proemobil.gmx.de das werde ich nochmal unten reinschreiben genau findet man aber auch bei Electrify BW bei uns auf der Website auf der Winkalender steht es auch so ja genau ja wollen wir hoffen dass das gut klappt ansonsten machen wir trotzdem ein Interview noch mit dem Chirom auf Französisch oh oder auf Trébière Trébière ja bonjour ich glaube wir haben schon mehr als eine halbe Stunde aber typische Tesla Käufer ja das ist ja das ist ja auch ein Phänomen bei Tesla also viele Leute denken ja Tesla Fahrer das sind irgendwelche reichen Spinner oder Schnösel halt so vom Beruf Sohn oder vom Beruf Tochter aber das ist ja gar nicht der Fall also ich kenne ganz viele und das trifft ja auf mich zu die sich nie ein Fahrzeug in dieser Preisklasse gekauft hätten oder auch nur darüber nachgedacht hätten wie man das hätte finanzieren können rechne das mal in D-Mark um noch ja rechne das mal in D-Mark um also es sind ja ganz viele Menschen die normale Angestellte sind natürlich schon Akademiker also die brauchen natürlich schon ein gewisses Einkommen ja aber ich zum Beispiel ich habe halt einen zweiten Job den ich nebenbei noch mache und damit kann ich mir halt das Auto leisten ja aber ich gehe halt dafür arbeiten meine Eltern sind nicht reich also du bist ein ganz normaler Mensch ich bin ganz normaler Mensch ja ich habe halt also auch ich habe halt Realschulabschluss gemacht vor langer langer Zeit habe dann eine Ausbildung gemacht als Radio- und Fernsehtechnikerin habe dann beim Fernsehen gearbeitet als Matztechnikerin und bin dann wieder zur Schule gegangen und habe ein Abitur gemacht und bin dann auf die Uni gegangen und habe studiert und habe dann halt irgendwie einen guten Job gefunden aber das zeigt ja wenn man irgendwie will dann geht das schon ich habe den ja auch finanziert man muss halt bei der Finanzierung immer darauf achten das gilt ja irgendwie für alle Autos dass man nicht hinter einem Wertverlust hinterher rennt also dass wenn man sagt okay jetzt hat sich meine Lebensumstände irgendwie geändert verkaufe ich das Ding ich verkaufe das Ding und komme irgendwie Null auf Null raus oder so lange vielleicht sogar mit ein bisschen was zurück genau also ich habe meinen auch finanziert ich habe ja den über die Firma laufen ja meine eigene Firma habe ich halt selbst entscheiden dürfen wenn ich das auch nicht fahre muss meine Frau fragen geht auch die Firma mit und habe den dann auch trotzdem finanziert weil ein Prozent KfW war ja dann die gab ja so einen günstigen Kredit für Unternehmer ja und dann hat die aber meine Volksbank hat dann darf ich sagen meine Volksbank hat da irgendwelche Daten oder irgendwelche Termine verschlafen es gibt ja auch Sparkassen ja ja es gibt auch Sparkassen es gibt auch andere Banker ja egal und die haben dann aber den Termin verschlafen und haben gesagt ach wir machen das nicht mit der KfW Bank machen wir bei uns die kriegen auch die ein Prozent und fertig ja ich meine die müssen ja auch irgendwo hingucken und dann haben wir das mit einem Prozent finanziert das Teil ja auf eine Anzahlung gemacht und jetzt zeige ich also die Leasingrate von meinem BMW den ich vorher hatte war höher als jetzt diese Rate die ich da abbezahle irgendwann wird man das Auto oder der Firma ja 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 leasen würde ich noch nicht leasen da die verarschen dich immer am Ende ja ja Restwert ist immer so eine Sache ja ja oh da ist eine ganz kleine Macke an der Felge 4000 Euro ja ja genau viele Deutsche verbinden ihr Auto mit sehr starken Emotionen mein Sohn übrigens auch der hat ja auch seinen BMW 5er sich umgebaut wieder und er muss natürlich auch ein bisschen lauter Auspuff rein also wir sind dann komplett das Gegenteil ja was er dann lauter in die Straße reinfährt fahr ich leise in die Straße rein das ist dann so ausgeglichen wieder aber ich will das hier ihr guckt das bestimmt auch wieder das Video ich will das ihn jetzt hier nicht bloß stellen sondern ich finde gut was er macht und er macht soll halt eine Straße weiterparken soll er machen es gehört aber auch dazu er ist ein Automechatroniker er ist mit Autos verbunden und er bastelt gerne und das ist ja okay aber die meisten Leute die haben ja mit Autos nichts am Hut sondern die kaufen ein Auto ja die kaufen das so wie es aus der Fabrik kommt und was ich momentan ziemlich blöd finde ist dass man mittlerweile aus der Fabrik schon ein Auto bestellen kann ohne dass man jetzt ein Bastler ist das unnatürlich laut ist und anscheinend verbinden da die deutschen Autofahrer auch nochmal Emotionen an diese Lautstärke also je lauter mein Auto desto ja ich weiß auch nicht was ist wie denkst du das also man sieht und merkt das ja auch immer wenn man wir machen ja mit Electrify BW auch ganz viele Veranstaltungen wo man vor Ort hin und an die Fahrzeuge präsentieren und einfach als Ansprechpartner für Fragen rund um die Themen weil da gibt es ja auch viel Unwissenheit oder Unsicherheit bei den Menschen und dann kommt ja immer so ein Glücksscheißer vorbei also es sind weniger geworden aber einer kommt mindestens der sich dann hinstellt und sagt Scheißdreck ja bitte was warum der macht ja gar keinen Lärm ja Sinn und Zweck dieses Fahrzeug das ist kein Lärmer ich brauch den Sound ja und dann geht das dann so weiter irgendwie und dann so ja sorry das ist kein Sound das ist Lärm also wenn ich nachts schlafen will und irgendwie also ich wohne so in den Tal rein und dann geht es drüben wieder den Berg hoch das ist eine Luftlinie 5-6 Kilometer und da ist eine Schnellstraße also eine Landstraße die da hoch geht und dann fahren die da immer schön mit aufholenden Motoren hoch und dann stehe ich senkrecht im Bett ja für die ist das Sound für mich ist das Lärm und einfach nur eine Ruhestörung und wenn man dann hört dass die Autos künstlich lauter gemacht werden als sie es sein müssen nicht mal irgendwie so also bitte warum das muss doch nicht sein ich meine man macht ja auch nicht mehr Gift in Farbe als sein muss weil es so schön riecht oder so weil das lustige ist ja die Technik die dafür verwendet wird also jetzt mal nicht über die Klappen sondern über die Lautsprecher wurde eigentlich dafür eingesetzt um das leiser zu machen also wie ein Flugzeug ja dieses Gegen Phasenausgleich ja Phasenausgleich aber das haben die Leute nicht gekauft also es ginge ja aber auch die wollten den Lärm kaufen ja ich verstehe das nicht ich war neulich war ich wandern und und dann 30, 40 Meter war eine Landstraße weg und da ist ein I3 vorbeigefahren schön ja schön du stehst in die Natur fährt ein Auto vorbei was machen ja weil halt man sagt ja die Maren die machen auch Abrollgeräusche und Littgeräusche aber aber die strahlen nicht so weit diese Geräusche wie die wie die Motorengeräusche also wenn jetzt auf dieser Straße wo ich gerade gesagt habe die 5 Kilometer Luftlinie eine Elektraute den Berghofer dann höre ich an denen seine Windgeräusche oder Abrollgeräusche und wenn hinten dran Verbrenner geht dann höre ich an den Drönen das Drönen des Motors weil das natürlich ein ganz anderes ganz anderes Frequenzspektrum ist und ganz anders auch sich fortpflanzt über die Luft und auch ganz andere Auswirkungen hat Originalton Horst Lünning Explosionsmotor ja zerknallgetriebene Motoren zerknallgetriebene Motoren ist das deine? ne das ist ausnahmsweise nicht nachher jetzt glaube ich aus dem ohne Elektrik auch ja und ich habe auch überhaupt kein Verständnis mehr dafür wie man wie man irgendwie drei Stunden auf der Autobahn in so einer Lärmkulisse sitzen kann ja also man kennt das ja wenn man lange Strecken gefahren ist oder lange Strecken und Verbrenner fährt dass man dann irgendwie ankommt und nichts mehr hört ja so richtig wie nach einem Konzert ja und halt mit einem Elektroauto ob das jetzt ein Renault ist oder ein Hyundai oder ein BMW oder sonst irgendwas ist das auch ganz anders vor allem wird man die ganze Zeit in den Tisch geschüttelt ja also das ist ja auch was diese Vibrationen sind ja weg also gerade wenn man einen Diesel fährt das ist ja furchtbar da schwabelt man ja abends noch ja ok Leute also wenn ihr noch kein Elektroauto gefahren seid probiert es mal aus oder wenn ihr damit meint das wäre was für euch dass dieser Sound fällt ja halt von Maus probieren ja vor allen Dingen vor allem die Elektroautos machen ja auch Sound also wenn ich wenn ich jetzt beim Tesla aufs Gaslatsch und die in Wärter fangen an zu jaulen das ist ja auch ein Sound ja das tut es halt nicht so laut aber es ist halt man verbindet ja dann auch mit diesem Sound auch etwas ja also auch bei kleineren Elektrofahrzeugen also wenn ich weiß Nillen Wärter fängt jetzt an und geht in der Frequenz hoch ne und das bringt Vortrieb und so das bringt das bringt alles nicht man muss das selbst erleben zum Händler gehen sagen ich will die Karre jetzt fahren und wenn er sich steigert zum Nächsten gehen also wirklich man muss es selbst erleben sonst sonst kann man es nicht nachvollziehen deswegen und da hat mir jemand gesagt ja Elektroautofahrer ihr seid die neuen Vegetarier äh ne ja erzählt ja auch immer weißt du ja also erzählt es ja jedem dass du ein Elektroauto fährst ja das Problem also der Unterschied ist nur beim Vegetarier geht es ja um Verzicht ja beim Elektroauto geht es ja um keinen Verzicht da geht es ja um den Zugewinn und Zugewinn und Fahrkomfort und Zugewinn an Spritzigkeit des Fahrzeugs ja ähm der einzige Nachteil den man hat man braucht für längere Strecken halt ein bisschen länger ja weil man ab und zu mal aufladen muss so what ja ich stehe ja nicht eine halbe Stunde neben und halte das Kabel fest sondern ich gehe ja dann essen oder ich lese ein Buch oder ich telefoniere mit der Familie oder ich beantworte E-Mails man ist zwar länger unterwegs man ist früher da man kommt entspannter an weil dieser Stressfaktor Lärm nicht da ist wenn man entspannter fährt wenn man Reichweiten optimiert fährt auf langen Strecken ja das heißt jetzt nicht fahrende Verkehrsinsel aber halt man versucht halt gleichmäßig zu fahren was deutlich entspannt das heißt auch wenn ich ankomme habe ich viele Dinge schon erlegt die ich eigentlich noch machen müsste wenn ich ankomme und ich bin ich bin ich auf 180 vom Puls her sondern ich bin entspannt komme an und bin direkt für die Menschen die ich besuche bin ich direkt da und verfügbar genau so geht es mir auch wo ist ein Punkt muss ich noch einwerfen hier Vegetarier ist kein Verzicht weil ich bin auch Vegetarier aber nicht 100% und ich bin auch nicht Vegetarier aus Flexitarier Flexitarier ich habe heute ich muss es jetzt zugeben ich sage das jetzt auch öffentlich ja wir essen einmal im Quartalfleisch und es war gestern soweit wir saßen in Schwäbisch Gmünd ja wir haben gesagt wenn wir da hingehen wir müssen da den Zwiebelrostbraten essen ja der ist dort also haben wir schon mal ja und dann haben wir da war wirklich ganz fantastisch wieder aber ich habe meinen Fleischkonsum wieder gedeckt für diesen Quartal und werde wieder die Veggie Burger essen bei McDonalds und wenn sie denn da sind doch die sind gar nicht schlecht ah ne aber gut aber es ist in dem Fall für mich ist kein Verzicht ja für mich ich verbinde Fleisch mit ganz anderen Dingen noch die eher so auf der energetischen Ebene sind ja also ich fühle mich danach auch nicht besonders gut deshalb ist für mich kein Verzicht wenn ich kein Fleisch esse also auch für andere Vegetarier aber es gibt so diese Hardcore Vegetarier die meinst du wahrscheinlich oder die Veganer noch die noch Hardcore mehr Hardcore genau oder gibt es ja noch die die nur essen was von selbst auf dem Boden fällt ja genau also das essen wir ja alles nicht also ich ja ich esse auch gern Fisch und Schalen und Krustentiere also das hat mir jetzt auch noch nicht weh getan ja ich versuche es halt wenn es geht zu vermeiden aber es ist ja ähm wenn du selbst wenig Fleisch isst du bist der Wissen du gehst halt irgendwo hin und dann gibt es Fleisch oder eine Alternative ist dann vegetarisch und das ist meistens dann Paprika Paprika kann ich nicht essen dann heißt es hungern oder es gibt mittlerweile schon Umdenken also es gibt schon viele Karten ja es wird es wird es wird größer als Angebot aber jeder soll es machen wie er will ich akzeptiere das auch du akzeptierst es auch also ich sag's dir jetzt einfach so noch ein letztes Ding ich hatte ja mal in meinem Video in meinem letzten Video gesagt dass ich dich heute treffe ja und da haben mir gleich ein paar Leute Sachen geschrieben so ein Mensch ich ja naja super wir freuen uns drauf und einer hat mir noch einen Artikel geschickt und zwar ist das veröffentlicht worden von dem Herrn Rotter von dem Martin Rotter mit 2 T in der Schweiz der hat diesen eine PDF-Datei entwickelt der heißt Mythbuster Elektroauto ich verlinke das mal unten das ist ein ziemlich großes Ding das könnt ihr euch runterladen naja so ich hab's jetzt hier auf dem Schirm und zwar es geht da um einen Artikel und zwar hat es der Philipp Kisling geschrieben in Oberville und der ist Vorstand von der VCS Sektion Zug ich weiß nicht was er macht aber auf jeden Fall Philipp KS Club Schweiz weißt du was meinst du doch und der schreibt hier als Überschrift der Tesla ist ein ökologischer Rückschritt es geht an der erste Satz es geht viel Energie verloren ich will jetzt nicht alles komplett vorlesen was da so steht aber unter dem Strich heißt er rechnet vor dass eigentlich ein Tesla wesentlich mehr Kilowattstunden braucht Kilowattstunden verbraucht da bin ich richtig ja du bist ja sehr das ist die Ausbildung ja als er dann sagt wir rechnen das so auf mehrere hundert hoch glaube ich und dass das eigentlich ein Rückschritt ist und das ganze CO2 was dafür benötigt wird um das alles herzustellen geht weit darüber hinaus was ein normales Verbrennungsauto benötigt und ja er schreibt vergeben das sei ein ökologischer Rückschritt und das ist eine Sackgasse und ich höre das auch von anderen Leuten da gab es ja auch die schwedische Studie ja genau aber darüber das ist etwas später gekommen das ist schon ein bisschen länger hier drin das war vom 18. April 2016 ja und da hat jetzt auch hier der Rotter glaube ich geschrieben genau er ist ja von der Erstdiplomgeograph an der Universität Zürich hat auch schon einen Gegenartikel geschrieben dazu aber trotzdem würde ich gerne nochmal deine Meinung hören so dass wenn dieser Zug durchgefahren ist das ist der S-Bahn oder den Räder hier der Räder ah ne nur eine Lok also erstmal nur dieses das erste über den Verbrauch wenn man das wirklich richtig rechnet ist das wirklich günstiger als ein Verbrennungsauto und zweitens ist diese CO2-Belastung wirklich so gravierend beim Elektroauto gegenüber Benziner naja also fangen wir mal so an wir stellen jetzt den Tesla in die Garage machen und versuchen uns umzubringen ok ich glaube wir verhungern bevor wir ersticken ja also erstmal das Elektroauto ist lokal emissionsfrei das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne weil es die Lebensqualität in unseren Städten verbessert genau und auch gerade hier in Stuttgart wissen wir was das bedeutet wenn man schwarze Ränder an der Nase bekommt beim Atmen dann kommt es natürlich darauf an was sich für ein Strom in mein Auto laden jetzt habe ich mal geguckt ich glaube in Deutschland gibt es kein Stromtarif wo ich exklusiv nur Braunkohle Strom kriege ja schlimmstenfalls ist es ein Mix ja genau der normale hat halt den deutschen Strommix und wer ein bisschen drüber nachdenkt wenn ein Elektroauto fährt da ist meistens bei einem Ökostromanbieter und dann auch noch bei einem richtigen Ökostromanbieter also jemand der mit dem Geld, was er einnimmt in den Ausbau der Erneuerbaren investiert und neue Anlagen dazu baut das heißt ich fahre das Elektroauto immer grüner weil ich ja quasi mit dem Strom, den ich daheim tanke den Ausbau erneuerbarer fördere dann bleibt noch das Argument von diesem CO2-Rucksack den das Elektroauto ja haben soll weil die Produktion der Batterie so energieaufwendig ist bestimmt auch da gibt es gar nichts daran rumzudeuteln und das war auch in dieser Studie die das IVL-Institut in Schweden gemacht haben die haben sich da auch sehr sehr intensiv mit auseinandergesetzt und die haben ja keine eigenen Daten mehr rum das ist ja eine Metastudie die haben ja nur andere Studien angeguckt und haben geguckt zu welchen Ergebnissen kommen die und was können wir aus diesen Ergebnissen quasi als Meta-Ergebnis ziehen und da stand auch nie drin dass der Tesla Akkus so und so viel Tonnen verbraucht und das man mit dem Verbrenner da x-tausend, hunderttausend Kilometer fahren kann und das acht Jahre da stand überhaupt gar nicht drin das Ziel dieser Studie war gewesen rauszufinden, wo sind Stellschrauben wo wir beim Elektroauto noch optimieren können bei der CO2-Bilanz und die kamen halt zu dem Schluss dass der größte Energieaufwand oder der größte Ressourcenaufwand bei der Produktion einer Fahrzeugbatterie also bei der Zell- und der Batterieproduktion elektrische Energie ist jetzt wissen wir alle elektrische Energie ist regenerativ herstellbar also wir haben hier eine sehr große Stellschraube und dann haben wir natürlich geguckt wie groß ist der CO2-Ausstoß pro produzierte Kilowattstunde Strom nicht für Batterie in China, in Brasilien, in Schweden also Schweden waren 50 Gramm pro Kilowattstunde in Deutschland haben wir 550 Rum ungefähr pro Kilowattstunde Strom CO2-äquivalent und dann sieht man, da ist sehr viel Platz also da ist sehr viel Platz dann haben die in dieser Studie in dieser schwedischen Studie auch keine Second-Live-Geschichten rein gerechnet weil die gesagt haben wir haben keine industrielle Anwendung weil es gibt im Moment keine Industrielle es gibt Versuche und Experimente die auch vielversprechend sind weil die Batterie wenn nehmen wir jetzt eine 100 Kilowattstunden Tesla-Batterie die hat noch 80 Prozent taugt nichts mehr fürs Auto hat immer noch 80 Kilowattstunden dann kann die noch 10 Jahre in einem Solarkraftwerk als Pufferbatterie arbeiten dafür eine Schnellladestation als Pufferbatterie und das Netz ausbügeln also das haben sie nicht reingerechnet und dann gibt es noch Probleme mit dem Recycling die Materialien auch wieder so raus zu kriegen dass man sie auch dafür wieder verwenden kann also dass es kein Downcycling ist sondern ein richtiges Recycling was bei der Fahrzeugbatterie ein bisschen einfacher ist weil man weiß was drin ist also jetzt nicht wie hier bei den Batterien wo am Ende keiner mehr weiß was ist da für eine Zellchemie drin was sind da für Stoffe drin dann landen die auch meistens irgendwo in Ghana am Strand und werden ausgebrannt und landen nicht im Recycling aber bei der Fahrzeugbatterie weiß ich ja was ich dran drin habe und kann dann auch entsprechend die Recyclingprozesse natürlich aufsetzen auf diese Batterie zugeschnitten das sind ja auch Sachen die Tesla auf dem Schirm hat zum Beispiel also die Gigafactory kriegt ja direkt eine Recyclingstraße für die Batterien wieder reingebaut also die Gigafactory läuft aber mit Solarstrom noch nicht noch sind keine Zellen auf dem Dach also wenn wir diesen Drohnen fügen guck ich immer ne ist auch alles weiß aber im Endausbau soll sie wohl also sie beziehen wohl erneuerbaren Strom wohl der Zeit was Elimas gesagt hat aber im Moment haben sie noch keine eigene aber die werden irgendwann eigene haben und es gibt ja auch andere Batterieherstellungssysteme natürlich auf dem Schirm haben ne und dann vermehrt in eine neue Ware reingeben weil es auch einfach billiger ist ja das ist ja umsonst also gut ja ne auch wenn man es jetzt ausrechnet ist halt die Kilowattstunde Solarstrom ist halt deutlich günstiger als die Kilowattstunde mit Investition dazu ja oder Windstrom ist noch günstiger also das das sehen die Autos die man das hat noch was wirtschaftliches Street Scooter wohl gar nicht weil die Post auf einmal die Umwelt so lieb hat gebaut sondern weil es halt einfach wirtschaftlicher ist das Auto und dann wird halt irgendwie weißt du dann kommt so eine Studie raus und dann liest irgendeiner okay und schreibt dann irgendwas 17,5 Tonnen CO2 Rucksack für eine Tesla Batterie also Dinge die gar nicht drin stehen die gar nicht belegbar sind das ist auch gar nicht das Ziel der Studie war und das Lustige stand ja im Summary drin am Anfang und am Ende der Studie es waren ungefähr 50 Seiten wir haben die auch im Podcast auseinander genommen die Studie und ein bisschen drüber gesprochen und dann weiß ich nicht ob das jetzt irgendwie gelenkte Propaganda ist das glaube ich gar nicht mal das ist glaube ich halt einfach nur persönliches Unbehagen mit dem Thema oder kein Bock drauf oder lieber nicht zu lange recherchieren bevor die Story kaputt ist dann ist jetzt Fokus auch jetzt nicht das seriöste Medium auf diesem Planeten also was die während der Flüchtlingskrise 2015 mit Clickbait abgezogen haben das war ja schon jenseits des moralischen Vertretbaren also da sind die eh schon unten durch also die haben sich auch da die lassen sich dann auch gar nicht auf eine Diskussion einmal die er dann angeschrieben hat gesagt der Leute das habt ihr irgendwie falsch verstanden schau dir das nochmal an das stimmt so nicht und irgendwie vier Wochen oder zwei Wochen später haben sie dann OnTicket gekauft bei Spiegel Online dass man mit Elektroautofahrern nicht diskutieren könnte also die haben gar nicht mit uns diskutiert die haben nur gesagt das stimmt nicht was ihr schreibt da lest nach da steht das stimmt nicht und dann war dann egal ja war dann egal weil passt halt ins Thema und Tesla bringt halt auch Klicks das merkt man ja auch bei anderen Blogs da gibt es ja diesen einen Blog wo jetzt der eine jetzt bei einem großen deutschen Autohersteller arbeitet der ja auch jede Meldung von Tesla irgendwie hochzieht und irgendwie da gab es irgendwie hat einer bei der Studie herausgefunden dass der Tesla bei Autopilot nicht zuverlässig Fahrradfahrer erkennt dann sag ich ja muss er auch nicht weil auf der Autobahn fahren relativ wenig Fahrradfahrer rum in der Stadt sollst du das Ding nicht benutzen wie the fucking manual ja und wenn du ihn benutzt dann hände da einen kleinen Grad Augen auf die Straße ja so ist es halt ja oft wird halt eben der Zustand den wir jetzt haben beschrieben der ja noch nicht optimal ist ja und diesen Prozess der losgetreten wurde von Elon Musk mit dem Tesla und mit der Elektromobilität beschreibt ja erstmal erstmal aber wir müssen ja irgendwo hinlaufen wo das alles optimal ist dass da Zwischenschritte sind ja aber das zeigt wo das Interesse nicht umstellen muss ja aber das zeigt ja wo das Strommix noch nicht hundertprozentig da ist das spielt ja alles miteinander rein also die Mobilitätswende mit der Energiewende das geht ja Hand in Hand und das zeigt das das was wir jetzt in den vergangenen sieben Jahren erlebt haben oder jetzt sind es acht Jahre erlebt haben dieser Stillstand den Deutschland hat beim Klimaschutz beim Umweltschutz also wir leben ja nur noch von dem Kredit den wir irgendwann mal in den 80er 90ern und frühen 2000er aufgebaut haben als erneuerbares Energiengesetz und Recyclingweltmeister stimmt ja alles gar nicht wir sind ja fast die schlimmsten Umweltsäue die hier rumlaufen wenn man es betrachtet also wir stoßen mehr CO2 auf einmal aus es gibt auch keine Anstrengung aus der Braunkohle auszusteigen der Ausbau der erneuerbaren Energie ist völlig eingeschlafen während wir in China jeden Tag irgendwie so viel Solar zu baut wie wir in ganz Deutschland installiert haben und dann denkt man sich und dann kriegt man so Umfragen und dann steht dann drin 70 Prozent der Menschen haben Angst vor Klimawandel ja ja wir dann mit dem SUV die Kinder in den Kindergarten fahren und ja also da denke ich mir auch so klar rettet das Elektroauto nicht die Welt kein Konsum rettet die Welt weil Konsum bedeutet immer Verbrauch ich verbrauche Ressourcen ich kann ja auch keinen Schuh produzieren ohne dass ich da irgendwelche es hat immer einen Impact auf die Umwelt ne aber ich muss halt gucken dass ich den Impact auf die Umwelt möglichst gering gehalten und das Elektro also der Elektroantrieb ist halt eine Möglichkeit unsere individuelle Mobilität zu erhalten und den Impact auf die Umwelt zu reduzieren weil ich das Ding mit 100 Prozent regenerativen Energien laden kann ich kann die Batterie mit 100 Prozent regenerativen Energien herstellen ich kann die Materialien recyceln und kann sie wiederverwenden das wird auch perspektivisch so sein dass man das an richtiges Recycling macht weil da wäre ja jeder mit einem Klammerbeutel gepudert wenn Tesla eigentlich die Batterien wieder einsammelt und recycelt das ist ja bares Geld da ist ja Kupfer drin, da ist Aluminium drin da ist Kaffein drin in Tesla ist eigentlich auch noch Kobalt drin da sollten wir ja schon mal rangehen dass da kein Kobalt mehr drin ist aber das schmeißt ja keiner weg aber da kriegt man dann so Sachen wie die müssen irgendwie wie Atommüll in Bergwerken entgelagert werden Batterien so also das sind teilweise Vorstellungen und wenn dann so Sachen verglichen mit dem Verbrennungsauto ja genau dass das Benzin so ohne CO2-Belastung aus der Steckdose genau und das Verbrennungsauto fällt vom Himmel ja das hat überhaupt keinen CO2-Rucksack der ist natürlich ist er kleiner als beim Elektroaufstück durch diesen hohen Energieaufwand für die Batterieproduktion aber man vergleicht halt nicht fair man vergleicht nicht mehr Äpfel mit Birnen und dann wird immer von Worst-Case-Szenarien ausgegangen ich muss jetzt von da nach da in 5 Stunden fahren also Anwendung die würde ich jetzt einfach mal ins Blaue behaupten 95% der Menschen die hier leben überhaupt gar nicht kennen ja also das ist ja noch immer ach meine Oma wohnt in Hamburg wenn die nachts die Treppen runterfällt dann muss ich da schnell hinfahren so hier rufst du einen Krankenwagen an der ist schneller da als du ja so ist das ich meine die Leute haben ja auch kein Jumbo-Chat im Garten stehen weil sie einmal mehr in Urlaub fliegen unser Ministerpräsident ja der hat ja auch so ein ich finde jetzt ist es ja auch deiner ja er ist auch mein Ministerpräsident ja der hat ja auch der wurde ja auch was mitgeschnitten dazu sag ich nichts aber dazu sag ich was der hat ja auch dann so eine der hat ja dann diese Worst-Case-Szenario auch gesagt der Mitarbeiter hat gesagt schau mal wir können das doch gar nicht stemmen wenn jetzt heute alle Elektro-Auto fahren das geht doch gar nicht die können doch gar nicht alle laden genau das ist ja das ja wir müssen ja den Weg gehen um dort hin zu kommen ja auch mit optimistischen Szenarien wird es bis 2050 da bis die Flotte ausgetauscht wird also auch wenn wenn man jetzt so ein Neuzulassungsverbot durchsetzt ab 2030 oder 35 ich glaube da auch nicht dran dass man sowas braucht weil ne glaube ich auch nicht 2030 wird sich niemand mehr freiwillig ein Auto mit Verbrennungsmotor kaufen hundertprozentig gebe ich jetzt auch alles drauf und wette ich auch alles das ist halt die Argumentation braucht die Industrie ne klare Deadline dass sie Planungssicherheit hat und dass sie endlich mal in die Puschen kommen ja vor allen Dingen halt der Markt wird es regeln ja aber ich meine wir in Baden-Württemberg leben ja davon geht es mit Daimler gut geht es mit Stuttgart gut oder geht es mit Lennische gut und ich will das nicht erleben dass in Untertürkheim die Werkshallen leer stehen weil die Leute heute nicht in der Lage waren die bei Daimler entscheiden die richtigen Entscheidungen zu treffen und das ist so eine große es ist ja die übelste Ironie der Geschichte dass sich die Grünen jetzt Gedanken und Angst vor der Zukunft der deutschen Automobilindustrie haben und sagen wir müssen jetzt was tun weil es uns die Automobilindustrie in diesem Land zugrunde geht das ist ja das hören wir an der Stelle auf aber es ist halt so Politik ist immer so ganz komisch Atomarchie hat die CDU am Ende gemacht ja Festschaft hat die CDU Sozialgesetze Hartz IV hat die SPD gemacht das macht halt immer der von dem was dann nicht erwartet und am Ende retten dann die Grünen die deutsche Automobilindustrie so ist das hier von weiter E-Auto und wir finden es toll und wir kommen über die Emotionalität wieder rein ja es war unsere persönliche Entscheidung E-Auto zu fahren emotionale Entscheidung und wir haben festgestellt dass es auch dass es richtig Spaß macht und gleichzeitig helfen wir lokal das funktioniert noch lokal die Umwelt sauber zu halten woanders wird natürlich Energie hergestellt aber das dauert der Prozess dauert bis es überall grün ist ok wo waren wir 60 wir haben es hochgerechnet mit den Abonnenten 4000 ja wir haben gesagt lad den Podcast runter genau ich finde den toll man kann dir sich immer auf die Ohren geben egal wo ja und wenn euch also wenn irgendwas nicht passt oder jemand Themenwünsche hat einfach wir freuen uns immer über Kommentare wir freuen uns über Feedback wir freuen uns auch über Kritik wenn sie berechtigt ist und konstruktiv also ich auch voll Pfosten labert nur scheiße ist jetzt nicht so konstruktiv kam zum Glück kam zum Glück auch noch nicht da gibt es auch keinen Grund dafür ja in diesem Internet naja jedenfalls wir werden wahrscheinlich nächste Woche wieder produzieren bzw. wenn das läuft wahrscheinlich diese Woche weil Jerome ist gerade auf dem Rückweg auf dem Bild gepostet vom überfüllten Supercharger in Hirschberg ahja da war ich letztens und da war ich ganz alleine gespricht ja ich habe auch gespricht wie lohnsam Hirschberg da war niemand da steht mir immer so zu eins oder zu zweit und heute verstanden so irgendwie Schlange ok gut das machen wir wir hören ihn fleißig gut und es freut mich drauf jetzt gehen wir nochmal drum rum schauen nochmal das Auto an von allen Seiten und dann gehen wir ans Wochenende wunderbar vielen Dank danke tschau 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 tschau